Die Regiobus Mittelsachsen GmbH soll auch künftig die ÖPNV Verkehrsleistungen im Busverkehr in Mittelsachsen erbringen, heißt es in einer Meldung des Landratsamtes Mittelsachsen. Dafür werde ein entsprechender Dienstleistungsvertrag verlängert, der derzeit bis Ende Juli 2020 läuft. Der Kreistag beauftragte, den Landrat entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Es konkrete inhaltliche Ausgestaltung wird nochmals im Gremium behandelt, erklärte der zuständige Abteilungsleiter Thomas Kranz. Der Landkreis gebe mit dem Beschluss auch eine Finanzierungs- und Planungssicherheit. Die landkreiseigene Regiobus Mittelsachsen GmbH hat derzeit 419 Beschäftigte und 169 Linienkonzessionen. Jährlich werden rund 12 Millionen Personen auf einem über 4000 Kilometer langen Linien Netz befördert. Die Busse legen dabei aktuell rund 12,2 Millionen Kilometer entsprechend des Fahrplans zurück. Pro Kilometer zahlt der Landkreis im Rahmen der Daseinsvorsorge Ausgleichsleistungen.